Ja liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Plants vs Zombies Garden Warfare Und wie oft, ihr habt sehr oft geschrieben, mach mal den Meeresbiologen und hier könnt ihr ihn sehen, die geile Flocke Der ist wirklich sehr sehr gut mit seiner Delfinkanone Also legen wir mal ein bisschen los hier Können mich auch gleichzeitig wieder begleiten, ein bisschen auf Farming Session Sozusagen, irgendwie ist man ja, man ist ja immer, man ist immer am Farmen, so ein bisschen Münzen sammeln und so weiter Deswegen, warum nicht gleichzeitig aufnehmen Ey, warte Kumpel, ah shit, in dem Moment natürlich Achso, das ist meiner Ist ja mein Kollege Hier gibt's Heilung, Jungs Oh man, voll ans Geländer geworfen Natürlich ist das Problem mit der Knarre, man muss auch treffen Was, ich bin gerade überhaupt nicht gelingt, ey, ich weiß nicht, was hier los ist Boah, bin ich schlecht gerade Oh, von hinten Ach, ihr kleinen Pisser, warum ist das so laut die ganze Zeit? Albano Taku, man Ich hätte jetzt auch voll Bock auf den Taku, aber nein Nein Erst die Arbeit, dann das Vergnügen Stimmt, genau Alter, wo sind denn meine Leute? Ich werde die ganze Zeit auseinandergenommen Weißt du, darf ich meinen schönen Arsch hinhalten, weißt du Ja komm, nimm doch den Saubus auseinander Der Rest macht sich erstmal vom Acker Ey, ich verstehe das nicht, warum werde ich immer kaputt gemacht? Vor allem, warum treffe ich gerade absolut gar nicht Das verstehe ich nicht Na gut, was soll man machen? Muss man halt einfach ein bisschen besser zocken Das hätte mich schon wieder jemand gesehen, ne? So, Kollege, heil dich mal Wo sind sie denn jetzt schon? Na, zeigt euch doch Ja, natürlich Müsst du mich verarschen hier Das kann einfach nicht sein Sag mal, was ist denn das wieder Was sind das immer für halbleere Lobbys? Ich hasse das in Multiplayer-Spielen Ich hasse das Warum? Will mir jemand sagen, dass jetzt gerade nicht genügend Spieler spielen? Ich glaube nicht Oder hat sich schon wieder rumgesprochen? Ah, Saubus zockt gerade Geht da lieber nicht rein Der macht wieder mieses Gameplay Weißt du, jedes Gameplay ist Jedes normale Gameplay ist direkt eine Montage Eine Kill-Montage Geht da nicht rein Nein, Spaß Nein, da braucht er zu lange zum Nachladen Verdammt Hat der eiskalte Kaktus mich weggemacht Mit seiner Stachel munichen Okay Irgendwelche Haftkugeln werfen Und zwei Was ist das für eine Herausforderung? Drei mal zwei Pflanzen mit einer Okay, das ist klar Das ist vielleicht irgendwie machbar Mal sehen Ich weiß es nicht Aua, Aua, Aua So Jungs, was ist hier los? Was ist hier los? Heilung Bleib bei mir, Junge Bleib bei mir Oh, bist du dumm, Alter Also ich bitte euch Zur Hälfte schon regeneriert Da kannst du mir nicht immer sagen Das war eine Reflexaktion Oder jetzt übel langsame Reflex Sag mal, spielen wir hier nur gegen Erbsen? Ich bin Arzt, ich bin durch, bitte Ich bin Arzt Ich riskiere mein eigenes Leben Für meine Teamkameraden Aua, Aua Guck mal, wie viel Heilungsblut ich kriege Ach, Leute, was soll man machen, ne? Achso, ja genau Ich muss nur kurz ein, zwei Wörter Zu Kaktus Gameplay lassen Ich hab glaub ich mehrmals erwähnt Dass mir die Drohne nicht so viel Bock macht Da braucht ihr nicht immer wieder schreiben Setzt doch mal die Drohne ein Ja, voll traurig, dass ihr die Drohne nicht einsetzt Ich habe das Problem mit der Drohne erwähnt Aber, naja, gut Leute, ist ja immer so ein Thema Aber, scheiß drauf Ich wollte sie euch eigentlich ja nur zeigen Aber Nun gut Jetzt ist halt der Meeresbiologe dran Und während ihr das hier hoffentlich noch zu Ende guckt Nicht immer vorher ausschalten Am Ende Und zwischendrin und am Anfang Kommen immer die geilsten Sprüche Das kann man sagen Ihr denkt euch jetzt Meint ihr jetzt durchgehend das Video? Kommen da die geilsten Sprüche? Ja, genau das meine ich Junge Ich krieg ne Vorlage Willst du mich Ja, das ist meiner Dankeschön Könnt nach Hause gehen Ähm, na genau Während ihr das Video guckt Überlegt euch schon mal Welche Klasse wir als nächstes machen Das war ein Visamoof Ja, da hast du Ja, wo bist du hin, ne? Oh man Habe ich nochmal meinen geilen Arsch aus der Schussbahn gezogen Irgendwie Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe Ja, das ist kostenlos Ansonsten habe ich erst wieder knapp 43.000 Münzen Das ist natürlich nix Ähm Aber naja, was soll man machen? Nicht wahr? So, Leute Beim nächsten Mal, wie gesagt Schreibt mir da gerne Was ihr als nächstes sehen wollt Ansonsten lasst ein Like da Wenn es euch gefallen hat Und bis zum nächsten Mal Haut rein Und tschüss